Hey, darf ich da abspringen, ne? Ohne Verlust. Kann ja schon mal die ganzen Dinge auseinander nehmen. Miep, 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 puff. Auch wenn noch keine Sau hier ist. Schaden tutet ja nicht. Geht noch nicht. Verkackung. Da hin. Was machen die denn da? Wir holen das gerade wieder. Wenn ich das mal erkennen könnte, wie viel Zeit da noch ist. Drei. Eins. Null. Uns. Haha, komm her. Back in town. Hüpf. Dumme Sau, er sieht mich nicht. Landet der? Ich glaube, es geht los. Der ist gelandet, ne? Tja. Wo steht denn dein Prachthugel? Da geh hin her, ich knall ihn ab. Er stand doch hier irgendwo, oder nicht? Bisschen doof. Bisschen doof. Er ist gelandet. Das ist hier. Da gehe ich hin. Kleiner Heddy in Ehren So, ich würd sagen Ich mach euch hier raus, Kopf Bye Wie zum nächsten Teil Puff, kabott Ja 3.300 Points Machtrausch ist zu Ende Eyal Hier, hallo What? Was ist jetzt los? Pinnelsirkel Haben sie das Ding wieder verloren? Nö, warum kann ich in die Schule Ding dazu nehmen? Hallo Was soll die Scheiße? Ich will mir erzählen, wieso ich diesen beschissenen Punkt nicht zerlegen kann Das ist doch affig, oder? Das hat mir mal einer erklärt Mir soll das jetzt nicht gehen Lade schon mal zurück zu dem anderen Nur aufpassen, dass er da keine Miene hingelegt hat Ich seh keine Miene Ich seh keine Miene Schöne Blumen Was ist das für Quatsch? Wieso wird das denn? Also geht mir nicht in die Rübe Ja, ja Fuck Wieso konnte ich den Dieses Ding nicht aktivieren? Kann mir das einer erzählen? Hä? Ich hab E-Druck wie ein Dover Kapier ich nicht ganz Der Scheiße soll Und was soll das hier? Wieso stehen die hier rum? Na toll Inne rein Und ich hab ihn nicht Kann sie behalten? Deinen blöden Generator Bedümliche Uschi Alles verteilt Kein vernünftiges Ziel Ich gebe überhaupt noch einen Squad Leader Ja, genau Der Ohlfacht Der Ohlfuchts Aber so heißt der nicht wirklich, oder? Der Jute Herr Ohlfuchts Ich weiß nicht wohin Was ich hier soll Und überhaupt Da kann ich nicht respawnen Wir rollen ein Panzer rum Hier macht aber keiner was Alles mit ihm Na toll Jetzt bin ich satt Jetzt holt ich mich mit dem Flieger Hüpp Fliege schon eine Runde Ammerisch ist sowieso am besten Weil zu Fuß erreicht man Ammerisch ja nix So, now is er mir I don't know Normalerweise ja, ne? Gibt das ein Plattoutziel Irgendwo auch immer Nobody at home Nobody at home Also So, alle hier Tü, 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 voll Idiot Lalalala So What the fuck, he's drinking driver Ne besoffener Fahrer Ne besoffener Fahrer Zwei Minuten, zwei Minuten Wo soll ich hin? Ja, wir haben sie den vollsten Ich kann ja mal grobe Rechte auf dem Ding dazu halten Dann schauen wir mal Weil die noch so abknallbar ist Oder ich selbst Aber danke für den guten Tipp, ne? Mit dem X drücken War ja schon mal genial Mal ausprobieren, ob es auch In F geht Das sind die ganzen zwei Minuten Teile Was ist das hier oben? Ist der Ausblick, oder was? Outlook Ist schon uns Ne, nicht wirklich Öhm Boah, ich tue es mal hier ein bisschen drüber Okay So ein bisschen Käse für mich Was? Schießt da der So Stinkende Fußameise Noch einer, wo? Bestimmt hier raus Komm schon Du kommst hier nicht rein Ne, du kommst hier nicht raus Warum hauen die denn alle ab? Ich hab da ja nichts gesehen Wo ist das fucking Ding? Schiebe ich direkt drüber Sehe nix Komisch Bescheuert für Luft Und total gefährlich Wenn oben einer im Geschütz sitzt Dann gibt's Dreck Kason Auf den allerwertesten Dann kommt Zeig da einer Ein Ziel an Drei Minuten Campen Hör mal Irgendwann noch Zum Abstaugen In der Gegend Achso Die holen da zurück Ne, hier wird nicht Säbisch da Die holen da zurück Ist sowieso uns Da wäre geschossen Nö Er ist keiner Hui Au Au What the fuck Unfall Unfall Wir müssen zwischenlanden Notlanden Langsam Langsam Das ist aber knapp Das überrollt mich nicht Du scheiß Ding Das ist doch ein Hoh war Damit sich das So schieben Können Ne Okay Nicht ganz Ist halt ein bisschen Schwere Wie ich Wir sehen Wir hätten Schwerelosigkeit So Hüp Na Kommt ihr noch Einer oder Ist das hier Was war das Lol Nicht schlecht Der hatte ne gute Knifte drauf Und der drauf Hat auch noch Naja Okay Ich war auch gestanden Stehen Das Ziel Haben wir Zwingst Sander oder Da Nö Natürlich nicht Doch da Ihh Schnell Hüp Auf Der Berg ruft Hier ist aber nix Hier ist Nasebohren Angesagt Nasebohren Mitbewerb Und Heuer So Gegnerische Lufteinheit Hm Haben sie denn Die Raketendinger Verbessert Mal wieder Also ich versteck Mich mal hier Mal gucken wir Mal schnell nach Gibt es wieder Neue Waffen Oder sowas Sag mal Ja jetzt Jetzt schön Gelb bemalen Ganz unauffällig Egal wo Ob im grünen Amerisch Oder im weißen Esamir Grün ist die Farbe Äh gelb ist die Farbe Hat zwar nix Mit der Kunst Das nicht gesehen Werdens zu tun Aber Nun ja Bunt wie ein Papagei Gehen wir dann zugrunde Hä Ist das für ein Treat Ding Nur für die VS Geht da als Pistole Ist noch lange Nicht sicher Das habe ich auch Nie Für schwere Einheiten Und wohin Kommt das Ding Für schwere Einheiten Kann kann Nehmen Die Läscher Die kostet Immer noch Tausend Schrotgewehr Ich finde das Ist total Unübersichtlich Gemacht Woher weiß ich Jetzt ob Dieses eine Scheiß Ding Eben Eine Pistole War Für leichte Angefahrenheiten Also Als Pistole Zählt Oder als Gewehr Hä Hä Wo steht das Da steht Die Pistole Das hat er eben Auch die Pistole Karabiner Ja Oh toll Was ist ein Karabiner Typ MP Und wohin kommt Die LP Ich will wissen Wo die MP Hinkommt Steht das Da So wieder Zum Kotzen Da Schlussaufreger Zeit ist Abgelaufen Na Habe ich heute Mehr gekillt Wie alle anderen Machen Ne Das will ich Da ja nicht Wissen Hier den Schiss Mal gucken Um meine Stadt Ist hier ein Bisschen Besser geworden Wir waren Über 200 Auseinander Ach Jetzt sind wir Nur noch Viel Besser Geworden Seht ihr So In diesem Sinne Bis zum nächsten Mal Habe die Erde Tschüss